Ich bin modern und vintage, aber mein Geschirr ist dann doch Ikea. Ich bin ja selber sehr aufgedreht und da brauche ich ein bisschen Struktur. Ich bin jetzt 36, ich war nie in der Tanzschule. Für viele Leute ist das ja jetzt nicht irgendwie erschreckend, dass eine schwarze tanzt, sondern das gehört, das ist doch im Blut, höre ich oft. Das kann ich überhaupt nicht leiden, weil ich hab doch trainiert. Das heißt, ich hab es im Blut, ich kann auch singen. Nee, kann ich nämlich nicht. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn ich jetzt toll singen könnte, aber ich kann es nicht. Wir sind ja wie Schafe, sag ich gern. Wenn wir was sehen und immer wiederholen, dann lernen wir das. Das ist in uns. Das hat nur was mit Mut zu tun. Ich bin ja Autodidaktin, ich hab mich nur für Hip-Hop erst interessiert. Hip-Hop ist einfach sehr männlich, sehr stark und oft wird man als Frau nicht stark gesehen. Und deswegen liebe ich Hip-Hop, weil ich mich auch so ausdrücken möchte. Ich bin stark. Ich bin eher jemand, der sich gern unterhält mit Menschen. und meine Informationen entweder durch Reisen oder halt wirklich mit Kommunikation austauschen. Das sieht sehr schön aus alles. War gut gemacht. Hau wa baut. Hau, haka rules 너ります! War gut gemacht. Was Juden die weg vigilant? Hau we 이유. Da wird dir Navy. Gib j Thank Du. too